Hallo meine Wölfleins. Willkommen zurück zu Kehla. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ich glaube da hin, oder? Suche in der Schmiede nach dem zweiten Delikt. Genau, da machen wir jetzt da drüben hin. Da habe ich noch keinen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ich meine zwar, dass ich eigentlich da vorne das Spiel ausgemacht habe, aber gut, ich weiß nicht, wie das Spiel die Standorte zurücksetzt. Ich bin noch auf dem richtigen Weg. Ich weiß gar nicht, ob der Stand da hinten in der Gegend war. Ja, die Brücke ist kaputt. Mal den Stein hier kann ich. Oh, da ist ein Rottie auf jeden Fall unten drin. Oh. Okay. Hallo. Hallo, kleiner Freund. Vier Stück fehlen mir noch. Also ich glaube, dass ich die auf jeden Fall auf dem Weg finde. Ich überlege gerade, ob ich so rumgehe oder... mal, wenn da unten auch ein Weg ist. Moment. Ich gucke jetzt mal kurz, ob ich da überhaupt lang kann. ist das die Brücke da vorne? Moment. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Ups. Das wollte ich gar nicht. Oder hier durch? Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Ja, jetzt passt das. Okay. Dann muss ich, glaube ich, hier hoch wahrscheinlich. Genau. Gut. Das hat auch gerade gespeichert. Gut. Ich bin mal ganz kurz. Go get it. Punkte. Ein Bootwagen. Guck mal, was gibt's denn da? Die Sonne. Ach, wie süß. Also wir haben jetzt schon... Voilà. Die Sonne haben wir noch nicht. Guck mal, kriegt jetzt jeder so ein bisschen. Käfer haben wir noch nicht. Jetzt haben's noch alle. Guck mal, wie süß ist das dann. Jetzt haben's alle in Hütchen auf. Oder fast alle. Ach, das ist schon süß. So, genau. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. Hier ist auch ne Warp-Station. Oh? Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, okay. Sehr schön, dann müssen wir wohl da hochgehen. Oder so. Will ich noch mal mit dir reden? You're not exactly a spring chicken anymore. I'll meet you at the forge, Kaina, after you clear the corruption. Okay, gut. Dann... Gehen wir doch da mal hin. Ähm... Ganz kurz gucken, Prüfungen... Dorfzentrum... Gut, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um hier. Okay. Erledigt das zum Glück gleich selber. Das muss gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Okay. Okay, da muss ich jetzt wohl ein bisschen aufpassen, weil manchmal so ganz random irgendwelche Gegner auf mich zukommen. Okay. Okay. Was ist da? Oh, da drüben... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh. Cool. Also war das jetzt so eine Art... Okay, damit kann man also Rottis einsammeln. Verstehe. Okay. Ja gut, hätte ich das gewusst. Gott, ich muss da mal... Hätte ich schon bei den anderen Dingen... Aber die habe ich ja schon öfters gesehen. Seid ihr da? Ja. Okay. Okay. Wo komme ich denn da jetzt rüber? Könnt ihr mir helfen, Kinder? Wo komme ich denn da hin? Ach, vielleicht muss ich... Ne, da geht es auch nicht. Was übersehe ich denn da schon wieder? Warte mal, da drüben ist eine Blume. Aber ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Ich probiere mal was aus. Es wird nicht klappen, aber... Aber dann halt so. Da muss es vielleicht so rumgehen. Okay. Manchmal muss man doch was riskieren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ah, guck mal. Guck mal an. Und das nächste Rotti. Fehlen mir nur noch zwei. Sehr schön. Ein bisschen Punkte. Dann kämen wir jetzt da hoch. Normale Menschen würden die Treppe benutzen. Okay. Ja. Was? Was? Was verstehe ich denn da? Ach so. Gut, das war schon. Gut. Also manchmal ist es ja echt total einfach. Warte mal, ich will die Dinger noch einsammeln hier. Da. Und... tschaka. Da. Da öffnet sich ein Weg. Ich will trotzdem mal gar nicht kurz hier gucken. Ist ja irgendwas? Naja. Okay. Okay. Aber da sehe ich schon hier diese Steinchen leuchten. Das muss ich nur kurz... Ja. Mal gucken. Wie komme ich denn da hoch? Ist da die Blume? Hm. Warte mal. Ich gehe jetzt mal... Okay. Nee. Das geht nicht. Warte. Ich stehe irgendwo auf dem Schlauch, glaube ich. Und wenn ich mich hierhin stelle? Nee. Das geht nicht. Okay. Was ist das schon wieder, was ich nicht kapiere? Gibt es da noch irgendwo was, wo ich hinschießen muss, dass ich die Steine drehe? Gucke ich jetzt mal kurz. Oh. Ah. Ah. Steck fest. Au. Oh. Oh. Scheiße. Ups. Uff. Okay. Entschuldigung. Ähm. Oh. Da bin ich ja hergekommen. Vielleicht muss ich ja da drüben hin. Nee. Muss ich nicht. Ach. Das ist schon wieder... ...so ein Rätsel. Warte mal. Warte mal. Komm ich auch einfach so hin. Komm auch einfach so hin. Ja. Meine Güte. Okay. Manchmal steht man halt auch fürchterlich auf dem Schlauch. ... Das ist schon wieder. Ja. Nein. Ja. 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 Und dann war es nur noch einer, der mir fehlt. Und den werde ich auch noch finden. Okay. Da komme ich gar nicht hoch, dann gehe ich jetzt halt da lang. Auch in Ordnung. Okay. Was passiert da? Oh ja. So, genau da ist der Weg, der muss nach unten gehen. Aber da will ich ja gar nicht runter. Also gehen wir jetzt hier lang. Schlendern uns den Weg. So. Hat es wieder gespeichert. Okay, Moment. Wie? Ah ja. Äh. Okay, das war jetzt irgendwie... Moment. Ach hier, nach Seite. Alles klar. Gut. Aber ich sehe, dass die Dinger länger stehen bleiben. Also mache ich jetzt erst gleich den Felsen. Okay, gut. Erstmal den hier. Kann ich doch. So. So. Warte mal, da muss ich jetzt hier rüber. Oh, Gott. Ah. Ah. Oh, Gott. Okay. Okay. Ich bin mir sicher, dass ich die Blume kippen kann. Ich bin mir sicher, dass ich die Blume kippen kann. Ich bin mir sicher, dass ich die Blume kippen kann. Ich bin mir sicher, dass ich die Blume kippen kann. Ich bin mir sicher, dass ich die Blume kippen kann. Ich bin mir sicher, dass ich die Blume kippen kann. Ich glaube, ich muss warten. Das war nichts. Ich kann da noch keine Rotz verwenden. Das knifft mich gerade so ein bisschen. Ich bin mir sicher, dass ich die Blume kippen kann. Oh ja! Oh ja! Oh oh oh! Oh 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 oh! Hallo! Ja, hier sind wir wieder. Oh Gott. Ach, komm mal. Okay. Oh Gott. Aber jetzt habe ich es kapiert so. Hallo, lass mich dich doch mal. Aber jetzt habe ich es kapiert. Autsch. Ich bin froh, dass es die Möglichkeit der Heilung gibt. Wo ist das zweite? Oh. Okay. Was ist das? Am Abend? Wo bin ich denn da? Huh? Oh ja, leck, 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 leck. Gott, 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 Gott! Oh, Falla! Meine Güte, ey, was für Kampfdruck! Das war mehr als knapp, doch! Oh, Mann, ey! Ja, manchmal checke ich nicht gleich, wie das funktioniert, aber klar, diese Bernstein-Dinger sind natürlich die Schwachpunkte. Entdecktes Relikt, Hammer! Gott, dann habe ich das auch und ich bin mir sehr sicher. Oh, Level 3! Die Rot können jetzt mehr Aktionen ausführen! Mega nice! So, jetzt muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier... Was haben wir denn jetzt hier für ein... Okay, es ist immer noch das Gleiche. Kannst du da durchnehmen? Ähm... Ah, falsche Richtung! Hier! So! Interagieren! Hier schön! Ach, da steht doch sie! Okay! Ach so! Ja, ist okay! Ich muss die umgucken! Oh, was ist das? Das war jetzt gar nicht meine Absicht. Kann ich vielleicht so rum rein? Ne! So rum? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ich möchte gerne da rein. Was ist das? Ist das noch eine Warp-Station? Was ist das? Ich möchte... Da komme ich auch nicht rein. Was ist das? Warte mal, warum steht es jetzt hier? Schon eine krasse Aussicht hier. Okay, ähm... Oh, was ist das? Ach, das ist ein Aufzug. Wo bringt er mich hin? Ja, okay. Ich möchte aber erstmal wieder hoch. Ich wollte noch vorruf. Sorry. Irgendwas ist er doch bestimmt noch. Wenn man da oben ist. Bin da nur noch so ganz durch. Also irgendwie... Irgendwo fehlt mir noch eine Rottie. Viele Werkzeuge. Gut, vielleicht erfahren wir später, was da drinne ist. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Portal oder so. Oh, ganz merkwürdig. Na gut. Hoppala. Ich soll wohl nicht erfahren, was da drinne ist. Zumindest vorerst nicht. So, hier war ja nichts weiter, ne? Gar nicht. Ja, doch. Mit dem Aufzug runter. Ich könnte aber auch... Warte mal. Äh, wo bin ich jetzt hier? Aber beide. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier mich porte... Und dann fahre ich jetzt runter. Jetzt, wenn man, dass ich hier nicht raus tappen darf. Diese ganze Horde Rottis ist so süß. Es kann natürlich sein, dass ich vielleicht auch was übersehen habe. Jetzt gehe ich mal hier rein. Vielleicht noch so eine Kiste. Eine Rufus-Maske, ha? Ach so, ja. Neue Rottot verfügbar. Ja, cool. Sehr schön. Das ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt da lang gehe oder da lang. Okay, warte mal. Die Riss-Rolle beseitige die Verderbnis. Okay. Ich will trotzdem nochmal kurz da runter gehen. Da waren wir ja schon. Aber ich habe nämlich gerade gesehen... Achso, ne. Das war ja die Plattform. Okay, ja. Entschuldigung. Aber ja, dann kann ich jetzt wohl noch da oben gehen, würde ich mal sagen, oder? Ich denke schon, ne? Dann gehen wir mal hoch und je nachdem, was uns gleich erwartet, würde ich sagen, ist die Folge dann auch erstmal schon wieder vorbei. Achso, ich habe nur Dings gekriegt. Okay. Nehmen wir mal mit. Ah ja. Hier ist auch nochmal so eine Verderbnis. Oh. Wieder so ein Beutel. Geisterpost, genau. Ich weiß nicht, wie es heißt. Da ist jetzt so eine verfluchte Truhe, aber was kriegen wir hin? 15 Feinde, ach du meine Güte. Ich habe mich nicht gekoppelt. Ich schaffe mich noch nie im Leben. Ich habe mich noch nie im Leben. Oh, wo geht denn der? Okay. Ich gehe den Rottis zu machen. Ja, die Rottis sind da noch am Kämpfen. Die Zeit ist abgelaufen. Okay. Dann eben nochmal. So. Achso, die Brotis können ja noch gar nicht. Hier, aber ich bin hier. Hier, ich bin hier. Hier, ich bin hier. Hier, ich bin hier. Hier, ich bin hier. Aber, dann gehen wir da hin. Genau. Erstmal wieder hinstellen. Sehr schön. So, dann würde ich aber mal sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz hier gucken. So, das leite ich bestimmt runter, da gehe ich jetzt noch mal nicht hin. Ähm. Ja, die Folge geht auch schon wieder länger. Ähm. Ich würde dann nämlich sagen, dass wir uns dann einfach in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich würde sagen, bis dahin. Und hinterlasst mir gerne ein Like, gerne einen Kommentar. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschuhu. Tschuhu. Arise. Tschuhu. 이가. Ich will das. Änd . SIEM ценet. Okay. Vielen Dank.